hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde one-on-one mal wieder company of heroes genau ist auch am start und wir starten direkt rein wir spielen semo okay gut möglich ja ich spiel die briten johannes spielt die wehrmacht ja ein spiel ein spieler map ich kenne die gar nicht haben wir die europa spiel ich glaube wir haben die noch nicht gespielt werden die ganz nach 1 gegen 1 maps relativ viel schon vermieden viele zwei gegen zwei maps gespielt das stimmt das stimmt so wie ich gesagt hat diesmal will ich eine andere green spielen weil mit der durchbruch gewinne ich ja eigentlich in der regel ja noch ein bisschen unentschieden sagte wissen ja nur mit unentschieden kenne ich mich gerade auch aus alles so eine sache die maps sieht echt interessant aus ja tatsächlich auch schon gedacht aber du hast glaube ich ein bisschen wobei du hast halt oben vorlaufen überhaupt also ich hab sie mir schon hat genau ein guter mit dem see und so ist schon cool ja hat auf jeden fall was da kann man nix sagen da kann man nix sagen du letztes maß mich das war da wo du meine taktik angewandt hast mit den unendlich stimmen ja 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 stimmt das ist die die folge die zu dem zeitpunkt zu dem wir aufnehmen noch nicht online ist genau das stimmt diesmal nicht dieses es wünscht an schauen wir mal silent grandendier ist fertig fenster 0 da war ich doch kurz nicht auf der höhe warum zieht er seine toben nicht weg aber gut müssen wir den weg gehen du bist da drüben am rumlatschen das finde ich jetzt weniger nice mg 42 Nein, du Schlawiner. Ich bin kein Schlawiner. Ja... Ja, ich bin kein Schlawiner. Kommander, du redest mein Geist. Wir haben Geri gefunden! Oh, der Gott hat dieses Panzer! So, jetzt wird losstich. Er ist tot! Nicht stoppen zu laden! Auf seine Position! MP40 und MP42. Gehen zur Koordinierung. Ich habe den Gas. Gehen zur Koordinierung! Scheiße. Wieder verpennt. Wenn er bereit ist, ist er bereit. Target? Water! Silence! Fall back! Water! Boah, da waren ja Minen. Ja, schön. Schade, ich habe es nicht gesehen. Aber ich hoffe, dass ich dran denke, dagegen zu schneiden. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Und sie strafeln uns. Down dropper! Fall back! We can win here. We have a team at the rally. Gunner, take the lead. Äh, schwierig, 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 schwierig. alles ist äußerst schwierig was ist das doch wir haben die schon mal gespielt ich erinnere mich ja dann leck mich doch am sengel schwierig ganz laut sagen ich bin nicht gerade fokus nein 251 halftrack ist ich habe alles nicht so easy ein glück habe ich vorgesorgt ja dann muss ich sagen erst mal dahin laufen sie haben sie kommen wir haben sie die 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 hier das ist die 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 We can't stay here. You need us? Follow me. We'll leave enemy territory. Be ready for a fight. Was? Grenadiers have been mastered for battle. Grenadiers, Grenadiers, prepare enemy resources up ahead. Come on lads, there's work to be done. Commandos are on station and ready. A sector is in enemy control. Alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach, kannst du laut sagen. Nein. Nichts fatal. Schreiber. Die Fletsch. Moment. Wir're not moving. Up to you. We've been spotted. Grenadiers. Schritz your pickers. Keep them back. Bout of fire ain't coming. Fight counter. Commandant. If you insist. Achtung grenadiers. Anquiets. Commandant. Lass die Sirenen heulen. Schwierig. So und deine kack Luftwaffe. Ja, ich muss halt auch irgendwie meine Fähigkeiten nutzen. Aha. Da ist ja schon deine Base. Da ist schon meine Base. Ich kann es immer schön vergessen. Das war sehr schön. Da danke ich dir vielmals. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, einfach ist es nicht. Das ist richtig. Oh. Oh. Okay. Den Schuss setzt er nur einmal. Oh. Den hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber dafür hatte ich sowas auf dem Schirm. Ja, ich muss mich bisschen anstrengen. Das war sehr gut. Ja, ich muss mich anstrengen. und der nächste fälschirmspringer let's go ja ich merke meine doktrin richtig wohnen aber der macht auch richtig interessant aber deine infanterie wird nicht mehr da großartig drüber kommen mit der artillerie die dir jetzt drauf feuert ja schon schmerzhaft das war schon ganz schön heftig da rein schade jetzt habe ich nicht genug dinge sonst könnte ich dich mit einem schlag richtig mies wecknallen schade das haus hat auch mal besser ausgesehen na da ist er doch endlich jetzt rollt was menschen ewig gedauert habe ich da schon lange drauf gewartet was kommt jetzt das hier schon so weit ist hast du mit deinem panzer angst vor dieser infanterie ja habe ich warum nur schön dann kann ich aber die weg machen und wenn das mg kommt bin ich wieder weg diese stöße die tun dir weh naja ich muss es nicht mehr halten dass ich muss es nur immer wieder voran pushen dann geht schon voll klar keine ruhe da das muss weitergehen da muss weiter knallen wir haben da unten ein sektor verloren das hatte ich gar nicht so auf ist ja also das was du hier machst das wird ich glaube ich nicht großartig weiter bringen ich sage ich dir so wie es ist ich habe mich wahrscheinlich verdrückt ja kann gut sein so was dummes äußerst interessant ich habe gar nicht mitbekommen dass du da oben mit einem panzer spielwagen war eingefahren bist tatsächlich hat aber nicht viel gebracht ja das sieht doch eigentlich so aus als könnten wir da mal noch eine runde machen perfekt 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 mein nepp mein nepp mein nepp versuchst du jetzt über oben zu kommen ja da muss ich tatsächlich einmal zurückziehen um dann umso stärker zurückzuhauen interessant also alles was du da gerade eingenommen hast wird dir gleich absolut scheißegal sein an mujah von da schieß zu ja 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 das ist gar nicht so easy ich bin gespannt wie es hier aussieht okay interessant ich habe gedacht das würde hier anders aussehen ich höre den panzer schon wollen julio ja das ist schade kommandos beginnt der dronken die huns are on 200 points wir wollen uns hier clear on earth find those blisters you shit go hard get to it you sons a commando squad has been deployed they're eager for work nein ein stück endlich habe ich die neuen tanks freigeschaltet und unter feuer nein überall unter feuer schwierig every step you take every move you make ja das wars wahrscheinlich mal gucken wo ist das scheiß ding da oben ist klar da oben und jetzt bewegt es sich mehr in die bands das 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 interessant das war ein bisschen dumm fliegt jetzt richtig was er schaut herfnow er zu heilt ja das war es ja ich komme nicht mehr ran ok du hast ja nur noch zwei frontline sektors ich komme gegen gar nicht mehr ich habe auch tatsächlich crazy also eine richtig einheiten abgeschickt ja du kannst du jetzt mal die map anschauen dann weißt du was bei mir so ab ging ja ich sehe es was ja wenn wir gut verteidigt mit den artillerie geschützten alle die haben mich gefickt habe ich ja die brücke die du die ganze zeit genutzt hast jetzt wärst du das erste mal über die andere über die seite drüber gekommen ja aber das problem war tatsächlich so dass du halt den punkt einmal mit meinem spähwagen da hast du mich erwischt und ich habe halt dieses mal mit dieser doktrin versucht mit fahrzeugen punkte einnehmen habe ich freigeschalten aber ja die ist auch einfach nicht so stark wenn die grenadierer keine mp40 haben ist scheiße man muss dir mal überlegen jetzt habe ich mit luftwaffe gespielt aber mit noch warte gegangen aber die kombi daraus war stark weil die diese ja auf jeden fall war gut der drop hinten dran und so aber gut für eine nice runde der schwadronisierung richtig an der stelle vielen lieben dank leute dass ihr eingeschaltet haben wenn es euch gefallen hat dann lasst auf jeden fall gerne ein like da lasst gerne ein abo da und sonst gibt es eigentlich noch zu sagen euch einen wunderschönen restlichen tag online und er sie ja bis zum nächsten Mal